Hallo zusammen, heute möchte ich euch mal einen Feuertisch vorstellen. Das ist nicht etwa der fehlgegangene Adventskranz auf dem guten Esstisch, sondern das ist unsere Einrichtungsidee, wie man mit einem Kamin und einer Konsole einen Esstisch für zwölf Personen bekommen kann. Hier haben wir unsere Wandkonsole, einen sogenannten Transformertisch und unten drunter einen schönen kleinen LED-Kamin, der so ein bisschen ein schönes Flammenbild dann erzeugt. Und diesen Tisch ziehe ich euch jetzt aus und mache euch einen schönen Esstisch draus. So, Tisch ist fertig. Jetzt fragt ihr euch, wo sitzen meine Gäste drauf, wo habe ich die zwölf Stühle? Auch dafür haben wir eine tolle Lösung. Platz sparen, wegzuräumen, ausgeklappt. Kaffee trinken, Abendessen kann losgehen. Für zwei-, dreimal im Jahr wirklich die ideale Lösung, völlig ausreichend stabil. Und wenn die Gäste wieder weg sind, dann wird aus dem Esstisch wieder eine kleine Konsole mit einem integrierten LED-Kamin. Zeige ich euch. Da ist sie wieder, Konsole mit LED-Kamin. Übrigens auch für die Einlegeplatten finden wir eine schöne Lösung, dass die sorgsam verstaut sind. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kommt vorbei, fragt uns und dann entwickeln wir gemeinsam einen schönen Feuertisch für euch zu Hause. Und dann machen wir wieder einen schönen Feuertisch für euch zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020